Ein Wunderschön, meine Lieben. Mein Name ist Samuel Sibilski und herzlich willkommen zu meinem ersten eigenen Videopodcast. Das ist mein schönes, schmuckes neues Studio. Der Name ist Gib mal Feuer und der Name ist natürlich auch Programm. Es werden Größen da sein aus der deutschen Comedy-Szene, aus der deutschen Rap-Szene, Fußballer, generell einfach Leute, die geile Berufe haben, die interessante Storys zu erzählen haben. Das Ganze läuft auf YouTube und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Deswegen freut euch drauf, es wird mega. Haut da rein.